Liebter, weil wenn man es nicht gleich trifft, sondern in der Regelzahl kann man weiter. Aber Markus Staub trifft das souverän und es steht 1 zu 0. 86 Röste. Sitkovic wird jetzt wahrscheinlich über Single 17 und Doppel 20 versuchen das Match, das Leck zu checken. Und es checkt und 1 zu 1. 50 Punkte von Peter Sitkovic. Felix Lungen hat 63, jetzt 50. Ja, da waren kleine Getarung mit einer Single Sim eine Doppel 4 zu werfen und das erste Spiel in dieser Landrobin Gruppe für sich zu entscheiden. Das ist die Aufgabe von Markus, Doppel 4. Und da ist es. Damit ist dieses Spiel jetzt beendet. Und wir melden uns wieder. Genauer gesagt, ich melde mich wieder. Vielen Dank.